Wir behandeln Patienten all Altersgruppen, beginnend bei jungen Patienten ab 18. Lebensjahr über alterssichtige Patienten bis letztendlich Patienten, die einen grauen Starr haben und dort können wir auch die natürliche Linse austauschen, die natürliche Trübelinse und an dessen Stelle ein Premium-Implantat einsetzen, um wiederum eine Brillenfreiheit dem Patienten zu geben. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017